So, hey Leute, äh, yo, ich, ähm, nehm wieder auf. Ja, morgon, wofa, wir machen weiter. Und, äh, wie letzte Aufnahme höre ich mich selber. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Jo, letzte Aufnahme, ähm, war ja der Ingame-Sound ein bisschen, na, zu laut. Man hat mich nicht zu manchen Stellen eigentlich, gar nicht. Jo. Aber jetzt versuche ich... Äh, ja. Alles normal hinzubekommen. Inklusive einem Wesen Imran Sakai Natürlich konnten wir das nicht zulassen. Geld für Verbrauch der Einstäbe? Nach einem Vernichtungsrätsel. Das war das erste Mal, dass unsere Regierung seit um zwei Weltkrieg ein Exekutionsauftrag erteilte. Ich stand unter dem Kommando von Cap... Macmillan. Okay. Jetzt müssen wir anscheinend warten, bis, ähm, ja, bis es fertig geladen hat. So, komm, lade, lade. Ich bin jetzt, äh, ja, sagen wir, wieder, äh, erkältet. Deswegen werde ich wahrscheinlich ein-, zweimal husten. Und ich kann auch nicht so wirklich laut sprechen. Also, ich hoffe, der In-Game-Sound ist eigentlich... Okay. Vor 15 Jahren. Gut getarnt. Schleich-Mission. Jetzt können wir uns umbewegen. Bitte, der Fall nicht aufheilen. Radioaktiv. Okay. Ja, komm. Kontakt. Feindliche Patrouille direkt vor uns. Unten bleiben und nur langsam bewegen. In unseren Tarnanzügen kann man uns nicht sehen. Sie haben uns Feuer eröffnet. Scheiße, ich finde das schlecht. Warum? Los go. Scheiße. Das beginnt ja schon mal geil. Und wir sind tot. Egal. Hab ich doch. Naja. Kontakt. Feindliche Patrouille direkt vor uns. Unten bleiben und nur langsam bewegen. In unseren Tarnanzügen kann man uns nicht sehen. Einen ausschalten, wenn der andere nicht hinzieht. Schleichen. 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 Das macht Spaß und muss fern. Ausschalten, wenn der andere nicht hinzieht. Er ist erledigt. Verdammt. Unsere Deckung ist hin. Sie sind im hohen Gras. Sie sind im hohen Gras. Ich drück. Ich drück doch faul. Ich drück faul. Ey, das ist unlogisch, das Spiel. Egal. Noch ein Versuch. Feindliche Patrouille direkt vor uns. Unten bleiben und nur langsam bewegen. In unseren Tarnanzügen kann man uns nicht sehen. Bleib. Stehen. Bleib. Gut so. So. Los. 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 Ja. Beweg dich doch. Los. 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 Und der Typ hat gar kein Gesicht. Einen ausschalten, wenn der andere nicht hinzieht. Wir warten. Ganz gespannt. Einen ausschalten, wenn der andere nicht hinzieht. Er ist erledigt. Gute Nacht. Bewegung. Moment. Auf der anderen Seite haben wir mehr Deckung. Schnell hinterher. Dort warten. Ziel am Wagen. Machen entdeckt. Sie fertig. Sie sind im hohen Gras. Boah, ey. Oh, dick. Ich steche doch zu. Gute Nacht. Bewegung. Dann bewegen wir uns halt. Moment. Auf der anderen Seite haben wir mehr Deckung. Vier Ziele sind drin. Denk nicht mal dran. Okay, ich hab gar nicht nachgedacht. Aber egal. Ziel am Wagen. Leise ausschalten oder ziehen lassen. Deine Entscheidung. Leise ausschalten. Okay, los. Okay, los. Aufrücken. Okay, los, los. Keine Bewegung. Da ist ein Posten im Kirchturm. Und eine Patrouille kommt von Norden. Na oben. Da haben wir eine bessere Sicht. Hast du freie Sicht auf die Wache? Er ist im Turm. Ach, im Turm? Das ist der falsche Turm. Er liegt weiter rechts. Hä? Er ist hier oben, oder wie? Hast du freie Sicht auf die Wache? Ja, auf die Wache. Verdammt, der Beobachtungsbosten wird die Leiche sehen. Hä, welche Wache? Ich verstehe dich nicht. Ich schätze, er kann die Leiche von da nicht sehen. Boah, das war knapp. Die vergessen keinen Toten. Das wird dreckig. Bereit machen zum Ausrücken. Wir warten, bis er sich umdreht. Ja, dann beweg dich. Sie hat uns. Feuer eröffnet. Okay. Oh. Keine Bewegung. Da ist ein Posten im Kirchturm. Und eine Patrouille kommt von Norden. Nach oben. Da haben wir eine bessere Sicht. Ach, da. Hast du freie Sicht auf die Wache? Ja, gleich. Gleich habe ich eine freie Sicht. Er ist im Turm. Wunderschön. Danke. Ich bin hier nähert sich von Norden. Leise aufschalten oder ziehen lassen. Deine Entscheidung. Ziel erledigt. Los. Äh, yo.